Ich hatte da auch mal einen von einem Kumpel von mir in Pflege, Schäferhundmix, mit Rockweller. Die zwei, die haben sich nicht für den Werber interessiert, ne? Ja, der kommt sowieso. Ach, der hat das doch jetzt clever gemacht. Was soll die Schwelzperlen kriegen? So, meine Freundin, endlich mal was von dir. Bin ich von dir nicht gewohnt, außer vom Lennox. Ja, sollen sie doch mal hinter dir herlaufen. Pass auf, geh jetzt, er hat sie wieder. Hey, Ticker, komm. Komm, Fuß. Hier. Ja, Merlin hat auch Fuß. Hier. Merlin, Fuß, hier. Wie kommt man da dran, ne? Hey, wann hast du nicht gesagt? Wann hast du nicht gesagt? Merlin, Merlin, Merlin. Guck mal hier. Guck mal hier. Guck mal, gib mal Pfötchen. Der hat doch gar keinen Spitz. Machst du jetzt gar nicht. Oh, schau mal. Denk auf, wie ist das? Nein, der hört auch so. Bleib da. Ja, bleib da. Hör mal, aber wie? Hör mal. Aber sowas vor. Reg dich nicht.